Yo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Streberinversion Brawl Stars. Ich werde mir heute mit Leon den Brawl Pass gewinnen, den neuen Darius einfordern und ein bisschen anzocken. Und dieses kleine Opening hier mit diesen paar Big Boxen und auch eine Mega Box machen. Und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Yo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zusammen mit dem Leon. Was geht? Moin. So Freunde ich würde sagen wir kaufen uns direkt das Angebot im Shop. 17,90€ das wird jetzt hier gleich alles ausgeblendet. Hallo? Hallo. Hi. Das wird jetzt alles ausgeblendet. Ja. Passwort ja. Ich hoffe jetzt kann ich nicht alles ausblenden. Bestätigen. Nein danke. Zahlung erfolgreich. Perfekt. Geil. So. 202 Juwelen. Hier gönnen wir uns den Brawl Pass. In 3. So. Moment. Ich kann mit auf dem Brawl Pass ein bisschen kaufen. Wie viel Geld habe ich denn jetzt noch drauf. Gucken ob ich mir das hier leisten kann. Ja der ist nicht. Ich könnte jetzt noch 30. Ich würde sagen wir sehen uns danach. Bis gleich. 232 und ich würde sagen wir würden uns den braupper sehen 3 2 1 let's go oh yeah 63 habe ich noch wieder komme ich mir einen neuen skin oder zwei big boxen was gehen wird sagen let's go oh das ist der geil aus okay ich würde sagen wir starten direkt mit dem opening let's go ich würde sagen die mega box 3 2 1 5 verbleibende leck mich doch soll ich holen ja weil du hast ja schon verbleibende ist doch nicht wahr oder kommen die ganzen mega boxen wieder rein wir haben ihn einfach wir haben 1 15 9 da riskieren weil der ist so geil würde sagen wir gehen meine solo runde ich hoffe wir haben jetzt richtig viel glück mit dem lollischen die schoßgeräusche 0 krimister peteen mit mir so leckte mein internet so und krimische libel aufteilen und dann meine typische an die tippe klingt noch ganz normal diesen blau diesen skin an digger Lol Ihren Mann Und tschüss Ich esse mal ganz kurz Komm her Nein 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 Bruder Dieses Kling ist einfach so mega So ich würde mal sagen wir spenden noch einen Euro an Pukki Mal da verdient auf jeden Fall Wir haben ein Problem Wir haben ein Problem Das muss ich jetzt auch wieder ausblenden Da ist ganz viel Sandsturm Das ist aber unser Sandsturm und das ist das gute Zeug Okay wurde zugestellt Da ist es Bin ich mal gespannt Na gut er sagt Na gut was soll ich da auf gespannt sein jetzt eigentlich Nein Nein Shit Du hättest mich tanken müssen an Ulzen Du hättest mich tanken müssen Hättest mich tanken müssen Wie wenig Zuschauer Jetzt sind doch Hä das war doch noch 2000 irgendwas Ich glaub ich hab äh Ich glaub ich hab äh Mit dem Rappers auch mein Creator Code Pukki gekauft Geil Ich habe gerade Verbleibungen Ah jetzt Aus die Maus Na ah Streberinvasion Rollstars Danke für eure Kursen Geht raus Und ich glaub das haben wir dann Zehn Sekunden noch Ehre Kurs geht zurück So Freunde ich würd sagen Das war's für heute mit dem Video Lasst gerne ein Like und ein Abo da Damit ihr kein Video mehr verpasst Und ich mehrere Videos hochlade Ähm ich weiß nicht machst du noch Youtube zwischendurch mal so Ich hab noch nie Youtube gemacht Doch du hast schon mal ein paar Videos hochgeladen Ist aber auch egal Wie gesagt lasst gerne ein Like da Ja Das Video kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen Vielleicht auch irgendwann mal wieder ein Like Stream Zusammen mit dem Leo Und ich würd sagen Bis zum nächsten Mal Und ciao ciao